Also, dann geht's mal jetzt los mit dem Match der beiden. Navi und Kershne, die beiden ukrainischen Teams. Was ist nicht gut, ich bin gerade mit meinem... Ich weiß, das ist schon mal fertig geworden. Das heißt, dass wir dieses Spiel jetzt genießen können. Und die Hupe gerade eben. Also ich glaube, das werde ich halt doch nicht so häufig in der Zukunft machen können, als ich das Fenster aufmache. Vor allem jetzt, wenn es dunkel wird, da wird es natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Stress da auf der Straße draußen geben. Es sind auch viele Verrückte unterwegs. Und so ist hier... Oh, der sieht noch keinen einzigen. Und jetzt sagt Blade, Dankeschön. So, da kommen sie da mal raus. Und jetzt sagt, der kriegt sogar die Chance, die Kibaken zu holen, der einfach nur mit der Beretta rumbratzt. Wo ist die Bombe? Die Bombe ist noch nicht drauf. Das dauert ziemlich lang hier. Zwar, äh, zahlenmäßige Überlegenheit hier von Kershnet. Jetzt ist sie es allein, aber... Wir haben ein bisschen Glück. Sie ist ganz sogar noch einholen. Aber dann ist Schluss. Und damit... Also Pistol Kershnet. Superin sogar. Und zwei Sparrunden für Navi. Außer es geschieht hier ein kleines Wunder. Vielleicht holt sich sogar eine Galil. Und Fox macht den First Trick ohne Probleme gegen Stalix. Jetzt haben wir hier noch kurz zu East stehen. Der kann sogar hier Fox ausschalten. Boah, die ist ja von selbst ja richtig reingelaufen. Ich fange sie, ich fange sie. Vier gegen vier Situationen. Zwei Spiele von Navi, aber sehr low in HP. Okay. Okay, der ist auch erfolgreich. Ich hoffe mal, dass es Prizzrak ist. Also ich bin mir da auch jetzt natürlich nicht sicher. Kibaken, last man standing. Gegen vier. Boah, mal gelegt. Mal schauen, ob er da noch irgendwo eine Wache ziehen kann. Kann er nicht. Damit Kershnet schon mal ihre erste Anti-Eco erfolgreich gestaltet. Und Navi kauft gegen. Und sie haben eigentlich nur drei Frakes gemacht. Aber es sind wohl tatsächlich drei MPs. Mit denen hier Kershnet ins Rennen geht. Das ist natürlich extrem gefährlich. Senja mit einer Nova. Kann sich da eine wirklich gute Position gerade bringen. Dann kann er noch einen holen. Natürlich ein bisschen vorsichtig angesagt. Senja fällt. Kuma ist aber auch gefallen. Das war eine MP, die Kuma hatte. Jetzt noch Bondic und Fox mit etwas schwächere Waffen unterwegs. Stardex kann zwar Prizzrak holen, den Bomben lege, aber ein bisschen zu spät. Oh, ein Bondic mit der MP wieder. Oh! Mit der MP räumt er hier so auf. Das kann eigentlich der Frontier gespielt werden. Blade hat nur drei HP noch. Bondic, love um dein Leben, Brudi. Die Firma, sie kann er nämlich auch behalten. Navi muss auf jeden Fall nochmal sparen. Gut von ihm gemacht hier. Ein bisschen Geld nochmal zu sparen. Er hätte auch bei der MP7 bleiben können, aber... Natürlich. Die Firma ist auch ganz angenehm. Ja, First Break Kuchen. Das zeigt natürlich der Autodegrad der wie immer nicht. Dann sagt er, das ist unwichtig. Ich möchte lieber zeigen, wie einer die Mitte lang läuft. Seast. Schon hat er heute gefangen. Und das macht bisher auch Kerchen nicht wirklich gut. Bondic auch. Der hat heute einen richtig guten Tag. Da sind noch Seasl und Kibaken übrig. Die beiden kommen aber jetzt erst wirklich auf den A-Spot. Fox hat er sonst keine Bewaffnung. Und anscheinend wahrscheinlich keine AWP jetzt kaufen. Um dann sich nachher das zu sparen. Das Geld. Ja. Und damit Kerchen nicht. Runde vier. Jetzt mal schauen. Fox, AWP. Komm, zeig die Keule. Da ist das Ding. Und dann schauen wir mal. Also Fox gegen Stardex. Und Fox entscheidet das Duell für sich. Alles, alles. Kurz kann er den Frag an Blade machen. Mal schauen jetzt, wofür sich Kerchen entscheidet, wie sie jetzt das ändern wollen. Weg können sie eigentlich damit schon, ich will nicht sagen, vergessen. Aber das wäre jetzt schon ein bisschen schwer, den sofort wieder anzugehen. So, die Nate, die trifft aber voll bei Seasd ein. Aber wie gesagt, 21 AP bei ihm. So, es hat jetzt nur noch vier AP nach der Nate. Unbounded. Diesmal kein Frag. Vier gegen drei. Und drei gegen zwei. Das kann ich auch relativ schnell. Drucker zumindest auch noch mal hier etwas Spannung reingebracht. Aber da kommt er nicht mehr weg. Erste Runde für Navi. Also vier zu eins damit. Noch für das andere ukrainische Team. Kehr nicht, die auch gutes Geld haben. Die können noch mal nachkaufen. Bondic droppt sogar eine AWP für Fox. Hat der nicht genug Geld gehabt? Okay. Okay. Ja, natürlich alle Davids Facebook-Seite liken. Ist ja wohl klar. Wie auch immer die gehen soll. Drei Ds. Drei Ds. Ganz klar, oder? Da hat er vier Ds, oder? Ich glaube, sogar im Chat hat er vier Ds. Ich glaube, sonst hat er drei Ds. Kommen wir wieder zum Spiel. Senja. Macht den Frag gegen... Blade war das. Vielleicht auch noch im Moment nicht so ganz gut drinne gerade. Aber das ist eher hier Kosmetik, weil er hat vier zu zwei Frags. Trotzdem jetzt die letzten beiden Runden. Ohne auch wirklich Schaden auszuteilen da. Ausgeschaltet worden. Kibaken und Seast. Das hatten wir auch schon vorhin erlebt. Die beiden machen also den Spot zusammen. So, und Seast macht den ersten. Macht den zweiten. Bombe down. Alle schieben jetzt zusammen. Boah, und Zeus kann sogar noch ansagen, dass da noch einer ist. Bondick alleine gegen vier. Macht er den Bond oder schafft er es nicht? Nein, schafft er nicht. Sie ist drei Frags von ihm in diese Runde. Zufriede Leistung aus jetzt. Navi, Runde Nummer zwei. Und, kär ich nicht, kaufen sie nochmal. Das tun sie tatsächlich. Und Blade sogar hat... Ne, behält nicht der AWP. Und da haben sie jetzt nicht ehrlich eine AK zu viel gekauft. Das ist natürlich bitter, oder? So, Fox. Noch dann damit in den First. Ich guck mal ganz schnell, ob da die AK noch liegt oder nicht. Nein. Mal schauen jetzt also Cashnet, wer wird den AK da drauf brauchen. Aber keine Mittelkontrolle hier gesucht. Nein, da haben wir jetzt schon ziemlich viel verladen. Kein Kevlar. Senja ist da auch direkt unter Holz gefallen. Sie ist jetzt alleine gegen fünf. Zwar noch Bondick holen, aber... Ja, wie der Goals ging, den hätte ich gerne nochmal in einer Sofortwiederholung eigentlich. Also, wie sie den durchziehen konnten, ohne einen zu verlieren. Und dann ja den letzten Mal so ein bisschen... Naja. Also, da bräuchten wir vielleicht nochmal Sofortwiederholung. Das schaffen wir auch noch irgendwann. Und dann wird das hoffentlich schon. So ist... Macht den First Trick gegen Blade. Und schnappt sich die AK. So, wie gesagt. Kleiner Nate noch hingegen zu uns. Aber der hat noch 24 HP immerhin. Und da müssen sie sich eigentlich auch überlegen, was anderes zu machen. Das machen sie jetzt auch. Bama schiebt schon mal rüber. Und wir haben eine Pause. Okay. Also, Cashnet 5 zu 2 können wir vielleicht nochmal eben auf die eine Runde eingehen. Die so gut gelaufen... Nee, die stehen nicht so gut gelaufen, ne. Das war die Runde mit dem B-Go. Also, Seas und Kibak, die machen ja zusammen den B-Spot. Einer steht hier ganz defensiv. Die Stelle macht übrigens auch so ähnlich manchmal Edward. Aber ich glaube, der steht eher dann wirklich hier drunter. Und schmeißt ja manchmal diesen Molly hier in dem Bereich hin. Und Seas. Die Frage ist, wenn man jetzt diesen Go jetzt von hier aus macht. Flashbar normalerweise gerne das Fenster. Und gegebenenfalls Bus halte. Das heißt, diese beiden Positionen hier sind dann natürlich nicht mal ansatzweise geflasht. Wie man am besten rausgeht, das ist auch ziemlich einfach. Da wirft man eine Smoke hier hin. Und sorgt dafür, dass die in diesem Bereich hoch geht. Kann dann normalerweise durchlaufen. Die anderen Flashes und so bleiben natürlich zur Sicherheit bestehen. Und dann kommt man normalerweise hier unten gut raus. Die Smoke steht dann immer noch da. Normalerweise müssen sich dann die ZTs umordnen. Normalerweise geht der eine ZT eher hier lang oder da lang. Und der andere ZT, ja, dem bleibt nichts viel anderes übrig, als sich in die Smoke zu stellen. Und zu hoffen, dass er da gut überleben kann. Die Smoke normalerweise, die wird auch gespielt von vielen Teams. Nur wahrscheinlich habt ihr jetzt nicht damit gerechnet, dass das Seas und Kibaken so stehen. Und deshalb, ja, ist es ein bisschen aus dem Ruder lang gelaufen. Und diese Go-Water natürlich ein bisschen einfacher gelaufen. Also normalerweise merken, könnt ihr euch auch machen. Wenn normalerweise die Spieler hier stehen, hier bis nach da hinten, kann ja auch sein, dass einer hier von kurz aus noch den Bereich zumacht. Aber könnt ihr ganz normal diese Smoke werfen, die dann hier runterfällt, in diesem Bereich aufgeht. Und dann kommt ihr normalerweise ohne Probleme, in diesem Bereich aufgeht. So, egal. Und dann kommt ihr auch normalerweise ohne Probleme relativ weit durch. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit diesen ganzen Radar-Bugs ist, die jetzt im Moment in CSGO rumkursieren, ob es dann ein bisschen mehr Probleme macht. Das kann ja gut sein. Und da, ja, ist das nur ein Vorschlag, wie ihr das vielleicht ein bisschen besser lösen könntet, wenn das euch mal wieder fahren sollte. Solange die Pause jetzt hier immer noch nicht weiter geht. Verbindung zu GoTV herstellen. Hinweis, Verbindung zu GoTV wiederherstellen. Das ist eine Turnhalle. Nein, ich bin zu Hause, aber in einem neuen Zuhause. Kann man echt den hier sehen? Den kann man, glaube ich, sogar noch gerade so sehen. Ein Schillerstuhl. Neue Location, deswegen hört es sich ein bisschen anders an. Nicht wundern, nicht wundern, warum das jetzt also ein bisschen, ein kleines bisschen anders ist. Heute, auch die nächsten Tage, auch die nächsten Wochen werde ich dann in diesem Stockwerk streamen. Das heißt, dass hier ziemlich viel, ziemlich großer Raum ist. Das heißt, ziemlich groß, da hinten geht es noch weiter. Weswegen es dann halt ein bisschen immer zurückhaltend. Ich habe jetzt mal das Fenster offen. Es hieß es halt deswegen nicht so schlimm. Aber es kann natürlich sein, dass dann mal von draußen, dass eine Landstraße irgendwelcher Lärm kommt. Und vor allem irgendwelche hupenden Verrückten, die da am Zebrascheifen-Terror machen. Ich weiß es nicht. Ich kann euch auch noch die anderen Modi, wie gesagt, einmal anbieten. Das würde ich aber vielleicht erst mal nochmal selber überprüfen, was da ist. Also drei Modi habe ich dran an meinem Mikrofon. Das ist, glaube ich, jetzt auch wirklich der Modi normalerweise für ein abgeschlossenes Studio. Die anderen sind da so ein bisschen Höhen, Tiefen oder so eine Rauschunterdrückung. Es könnte sein, dass diese Rausch oder Echo unterdrücken, weiß nicht, was da genau ist, dass die ein bisschen besser funktioniert. So, und dann schauen wir mal. Ja, er bekommt dann immer etwas mehr Holz zum Selberbauen. Was ist hier los? Was ist hier los, dieses Geflame? Ja, er hat ein neues Zimmer, genau, ich kann mir keine Müllbeleisten. Das hat er jetzt dann auf den Punkt gebracht. Und das Holz, genau das versuche ich dann immer selber dann was zu bauen. Gut erkannt, gut erkannt. Was soll ich denn, was soll ich denn zeigen? Was soll ich zeigen? Zeig doch mal. Das Holz? Nein, das ist auch nicht. Warum in ihr? Ganz einfach, weil ich keine Kopfhörer so auch wirklich mag. In ihr besser höre ich nichts von der ganzen traurigen Welt um mich herum. Meine Wohnung. Ich habe sie schon gestern gezeigt, David, und wenn du möchtest, kannst du sie gestern im VOD, die ersten fünf Minuten müssen das sein, vom gestrigen VOD. Da habe ich mal die Kamera nach links und nach rechts geschwenkt. Falls ihr euch jetzt wundert, das ist natürlich, also bei mir dann immer links. Das sieht bei euch natürlich von der Kamera nach rechts aus. Also da links, genau, da rechts. Seid ihr herzlich eingeladen, schaut euch das VOD einfach an. Das auf Twitch natürlich immer rumkursiert von gestern. Dort könnt ihr dann meine Wohnung bestaunen noch, als es hell war. Da habe ich ein bisschen was rumgezeigt. Jetzt habe ich noch Isomatte hier, dann meine Stühle hier. Das wäre so ein bisschen doof, das jetzt zu zeigen. Ja, wie gesagt, ich habe gestern meine Wohnung gezeigt, David. Ich habe gestern meine Wohnung gezeigt. Meine Wohnung habe ich gestern gezeigt. Kannst du im VOD alles nachsehen. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich mache jetzt einfach nochmal zur Sicherheit ein Retrial. Was habe ich zu verlieren? Wenn ja nichts passiert. Am Ende ist es schon längst weitergegangen. Es hat nur bei mir irgendwie gehangen. Und gerade das Brötchen, das ich eigentlich noch essen möchte. Sehe ich gerade, wie das vertrocknet. Schweinerei. Nein, Isomatte ist natürlich zum Trainieren. Das ist eine Frage. Ich tue was für meine Gesundheit. Und muss es auch tun. Da sind einige Übungen, die... Ja, dafür bedarf es dann doch einer solchen Matte. Ah, wunderschön. Tja. Ja, wie ihr seht, weswegen ich nie Kummer zu haben. Aber die ganzen Leute, die haben dann immer sofort was anderes zu tun. Immer beschäftigt. Immer beschäftigt. Ja, für euch esse ich hier nur Brötchen. Ich könnte mir jetzt auch noch was Richtiges zu essen machen. Aber es wäre natürlich ein bisschen doof. Dann wäre ich jetzt eine halbe Stunde weg. Obwohl jetzt, so lange wie die Pause dauert, wäre das jetzt auch nicht so der Untergang anscheinend. Und ja, späte Kohlenhydrate. Also, naja, ich sage es mal so. Ich gehe heute Nacht wahrscheinlich um halb vier ins Bett. Um halb vier. Leute, werde ich dann auch nochmal ein Training machen wahrscheinlich. Mal einen Doppeltag einlegen. Von daher ist das noch, glaube ich, alles in Ordnung. Auf Starlighter läuft wieder. Okay. Oh, und es geht. Jetzt ging es von selber irgendwie wieder. Bombe gelegt! Das war jetzt alleine gegen vier, wie auch immer. Es steht einfach mal plötzlich 7-7. Okay. Okay, was hatten wir eben für einen Spielstand gehabt? Was hatten wir eben für einen Spielstand gehabt? Es war irgendwie so ein bisschen wohl was verloren gegangen im GoTV. Wahrscheinlich ist das jetzt das Relay oder so zusammengebrochen. Ja. Dann geht es doch mal immerhin weiter. Letzte Runde also der ersten Halbzeit. Wir haben 7-7. Nachdem kann ich jetzt so vorgelegt haben, wie die Feuerwehr. 5 zu 2 hatten wir ja. Also es ist wahrscheinlich das GoTV nur zusammengebrochen, das Relay. Das sind ja zwei Frakes schon. Mit einer 5-7 gemacht anscheinend. Nachbuche. Attack geholt von Zeus. Fürchak und Blade gegen drei. Nämlich ab diesem Moment. Schon länger gedauert als nötig. Blade jetzt auch weg. Fürchak alleine gegen drei. Wer ist Agila gestern gewesen? Da hätte ich gesagt, kein Problem. Aber Fürchak, sage ich, das ist ja die Standardaufgabe bei ihm. Das macht er morgens um drei zum Aufstehen. One on three. Bombe gelegt. Oh, Meki Bak macht den Frag. Damit 8 zu 7. Also, Navi geht dann doch noch mit einer Halbzeitführung in die Pause. bent raus. Wenn ich jemand Square identifizierege ein guter Punkt Launch spende um einen auch mit der Besucher? Und wenn Sie das noch nicht da mal, ganz who Klumات beschäftigen. Und ich habe das nicht sage, dass ich mit der Satz l accidente öffne. Ich voiture – das nicht passiert. Aber ich habe meinen day. Und ich bin neun,ï 신ufe. Und ich habe noch einen kleinen Fall einen mal bestimmten drauf. Und dann das Auto X soll. So, und dann sind wir natürlich wie immer zur zweiten Halbzeit wieder mit vor und da. Dann schauen wir mal. Also wie sich jetzt hier in der zweiten Halbzeit gestalten wird. Cashnet gut angefangen, stark nachgelassen. Und Mavi damit ja. Noch die Halbzeitführung gegeben. Warum kriege ich die ganze Zeit jetzt immer diese Nachrichten? So, und Mavi sieht es auch gut aus. Jetzt diese Pistole, B-Spot eingenommen. Beiden anderen, ja. Prisrak, habe ich gehört. Prisrak. Er hat noch einen Spot. Fox steht also in der Mitte des Nirgendwos. Aber. Boah, kann auch einen machen. Knapp, dass er da den zweiten nicht macht. Jetzt sah es eigentlich nicht schlecht aus. Trotzdem jetzt Pistole für Mavi. Und ich mache mich vielleicht mal. Vielleicht schaust du mal zu. Das freut mich. Vielleicht mal busy. Vielleicht gehen dann diese ganzen Nachrichten weg. Also wie immer, jetzt für Leute, die sagen, hey, das ist ganz alles schön hier. Ihr könnt einfach in die DoomTV-Gruppe joinen. Da könnt ihr auch immer mit mir schreiben. Das bringt mir nichts, wenn ihr irgendwelche wahllosen Leute mich adden. Ihr könnt gerne mit mir schreiben. Das ist kein Problem. Da geht ihr einfach in die DoomTV-Gruppe. Und dort seid ihr dann eigentlich direkt dabei. Da könnt ihr mir genauso schreiben. Ich kriege genauso die gleichen Nachrichten, wie wenn es ein Friends-Request ist. Und ja, normalerweise in letzter Zeit ist es halt bei mir immer so ein bisschen weniger Lust beim Spielen. Aber falls man wieder Lust gibt, dann seid ihr da auch immer eingeladen sofort. Wenn es mal 10 ergibt. Vielleicht nachher. Ich weiß es nicht. Schauen wir erstmal, wie dieser Goal verläuft. Bondic. Keine Chance. Und wieder, wie gesagt, alleine gegen 5. Nur gegen schlappe 5 Gegner. Gerade eben hat er es fast gegen 3 gemacht. Aber jetzt ist das dann doch wohl eine Nummer zu hoch. Navi macht ihre erste Eko beziehungsweise Anti-Eko safe. Gleich nicht. Wird noch einmal sparen. Wann sollten sie das? Mit 2, 3 und 2, 5. Und dann schauen wir mal. Hältst du jetzt so viel da, Freunde? Ja, natürlich wird sofort abgelehnt bei ihm. So ein random No-Name, das geht aber gar nicht. Flame, flame. So, kommt auf den First Frick und kommt sogar noch weg. Und? Wieder Pause? Wieder Pause anscheinend. Was ist denn hier los? Ja, das heißt, dass wir wieder wahrscheinlich warten müssen, bis das Relay richtig eingestellt ist. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Mann, 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 Mann. Ja. Zweite Anti-Eko, die wir hier eigentlich gerne sehen würden für Navi. Sind ja schon eigentlich fast auf dem B. Ah, da stehen aber drei Spieler. Da stehen Bondic, Kuche und ja, Fox ist noch unterwegs. Ja, und Kuche steht hier am Eck. Ja, mal schauen, was sie da noch bringen. Siehst, steht da ja, ist auch schon weit vorne, wird wahrscheinlich nichts schmeißen, also Starrix hingegen, der spart wahrscheinlich auch für eine AWP. Mal schauen, ob sie da gut drauf kommen. Jetzt bräuchten wir nämlich nur die Auflösung dieser Runde. Mal wieder. Mal zeigen, mal eine künstlerische Ader. Ja, übrigens, ich habe, ja. Es gibt übrigens auf jeden Fall keine Pause. Der Star, der Stream ist normalerweise direkt drin. Da ist, doch, Slum hat, normalerweise hat der Slum die richtige IP und wir kriegen nur das Relay, also das Relay von HLTV. Und wenn das Relay nicht funktioniert, weil das die Verbindung zum GoTV selber, zum ursprünglichen GoTV IP abgebrochen wird, dann können wir natürlich halt auch von hier aus nichts machen. Von daher, ja, gibt es dann wohl wirklich wieder das Problem, dass Starlider eben die andere GoTV hat, das richtige GoTV und wir eben mit diesem Relay keine wirkliche Chance haben, uns da auch irgendwie für die nächste, die nächste, sag ich mal, uns das weiterzusehen. Wir müssen halt warten, bis das Relay wieder gefixt ist. Ja, das ist wahrscheinlich dann das Problem, dass wieder irgendein Idiot HLTV DDoS ist. Das haben es die letzten Tage auch immer, also es liegt nicht an der Starlider, sondern es liegt wahrscheinlich daran, dass das HLTV DDoS wird und dann funktionieren halt die ganzen Relays nicht mehr von ihnen. Also anders kann ich mir es jetzt nicht ganz erklären. Vielleicht funktioniert auch sowas nicht, das weiß ich nicht, aber es sieht schon dann eher aus, als würde das am Relay liegen, was die ganze Zeit absäuft. Navi jetzt zwölf Runden im Vergleich zu Kershnet. Das ist halt wieder das Problem, also eine Runde Kershnet geholt, dann wohl wieder Navi eine Runde. Also Kershnet spart, das heißt, dass sie wohl die dritte Runde geholt haben, äh, die vierte Runde geholt haben und dann wieder die Runde verloren haben. Ja, genau. Als Kershnet zu seiner Ehre ist eine Freude, das ist er. Viel Glück. Rudi, viel Glück. Ein ganz witziger, gell? Und ich darf nochmal hier was neu machen. So, jetzt gehen die ganzen Witzbäude oder wahrscheinlich gerade auch vom Twitch raus und versuche wahrscheinlich gleich mich hier zuzuspallen. Ich sehe es schon kommen. So, und Senja spielt erstmal hier ein bisschen die Starrix. Das kostet natürlich ein bisschen Geld, kriegt er aber wohl wieder gleich wieder rein. Ja, und damit haben wir doch hier eine weitere Runde. 13 zu 8. Also für ein Navi und damit fehlt ihr nicht mehr allzu viel, aber die haben es nochmal zugekauft. Die versuchen es nochmal mit allen Mitteln Fox. Er schießt einmal. Mal schauen, ob er jetzt gepusht wird. wird davor geflasht. Ja, wird aber zu spät. Fox ist da schon weg. Kann sich da gut postieren. Jetzt die Kiwaken. Ah, kann Kiwaken gerade so ein bisschen hier vom Damage abwehren hier die Wand. Aber Fox macht trotzdem den Frack auch auf dem A-Spot. Sieht das wohl besser hier aus für Kerchnett. Senja jetzt der einzige Überlebende, ist auch angesagt. Und da macht hier Fox das Ding. Und damit ja, 13 zu 9. Kerchnett gibt sich noch nicht geschlagen. Wie gesagt, sie brauchen eigentlich einen Sieg, dann wären sie sogar vor vorerst an Navi vorbei. Jetzt geht's ja richtig los hier. Was ist hier los? Lolololololololololol. Übrigens, wenn es hier ein paar Witzbeute gibt, dann beleidigt am liebsten besser mich. Anstatt hier Hohenson reinzuschreiben. Das sind nämlich immer die typischen E-Net-Helden. Wenn das witzig war, dann sucht er andere. Beleidigung. Und hier kommt der Navi doch mal wieder gut voran. Arsport ist einigermaßen frei. Fox mit 7 AP der Einzige hier. AWP, auf geht's. So, und das war's dann. Wollte ich einfach mal mit 2. Er hat immer wieder seine Form gefunden heute. Vorhin ging er, wie gesagt, ziemlich gut ab. Und damit kerchnett jetzt auch immer in 2-stellig. in 3-stellig. in 3-stellig. in 3-stellig. in 3-stellig. Was? Switch doch mal MTS, Mann. Wer switcht MTS? Keine Ahnung. Fox verschießt seinen Schuss Mitte jetzt zu einigermaßen von Navi unter Kontrolle. Aber da der Kuchen will da nicht facen. Die MTS steht jetzt relativ gut. So, Fox macht den ersten. Kommt weg. Er kann auch den Frag machen gegen Fox. Dann haben wir nochmal Kuchen. Senja fällt auch. Ja, und wir haben jetzt doch, jetzt kommen wir wirklich gut voran hier. Keine Ahnung, Bringt hier Navi ein bisschen in Erklärungsnot. Müssen jetzt auch einmal sparen. Mal schauen. Ja, als Hinweis natürlich, ich bin da gerade nicht im TS drin, also mich hat er damit nicht gemeint. So, und es geht in schnellem B-Go. Puh, er kriegt die Frakes gerade ab. Senja ist als einziger überlebend. Eine Waffe geholt, das ist wie immer weder gut noch schlecht. Und das bedeutet, Kirchnett jetzt wieder richtig dran. 13 zu 12. Wir haben jetzt wirklich schon mehrere spannende Partien gehabt, also bisher keine der Partien hat in irgendeiner Weise enttäuscht gehabt. Mensch, das waren eigentlich alle relativ knapp oder waren erwartet, dann, wenn es hier ausging. Auch das 15-15 von Kirchnett gegen Astana war zumindest interessant. das Comeback erneut mal wieder von einigen Teams hier nach 0-5, 0-6, 0-7 wieder Rückstand. So, dann schauen wir mal. Schon besser, schon besser. Schon besser, Jungs. Senja, der tickt ja wieder vollkommen aus. Während ihr mich ablenkt hier, deswegen kann ich nicht richtig sehen, was hier abgeht. Keine Smoke mehr da, keine Smoke mehr für Navi, das kostet jetzt ein bisschen wohl Zeit. Fox, kann ja nicht sehr viel damit natürlich anfangen. nicht, äh, doch, 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 macht das Ding. Aber Starrix macht dann doch noch die Kiste zu. Also die AWP geht nicht durch. Muss nochmal neu gekauft werden. So, DOOM, sag mal, wie bekommt man denn Bescheid, falls du dich doch später auf den Server begibst? Das habe ich eben gesagt. Join einfach der DOOMTV-Gruppe. Kriegt ja zum ersten Mal immer Infos, wann ich online bin und wann ich streame. Und auch gerne dann was schreiben, falls es irgendwelchen Gesprächsbedarf gibt, Anfragen etc. Und wenn ich dann spiele, dann gebe ich normalerweise auch ein Announcement. Das mache ich halt nur in den letzten Wochen nicht, weil ich da ziemlich viel um die Ohren habe. Aber da, ja, falls es Interesse gibt, seid ihr da eigentlich immer auf der richtigen Stelle gelegen. Ach ja. Und jetzt geben wir ja die Lustigen rum. Also den vorherigen fand ich besser. Den vorherigen fand ich ehrlich gesagt besser. Zeus jetzt mal, wird das ein A-Fake. Mal schauen, wie das da aussieht. Zeus holt sogar zwei. Jetzt muss mir das jetzt einer schieben. Eigentlich. Aber da schiebt keiner. Siehst, macht einfach die Kills. Siehst, ohne Probleme da. Okay, runtergekommen. Bondic nur mit einem. Und jetzt wird er erwartet werden von Zeus. Drei Frakes diese Runde. Souverän, sauber. Navi also schon mal den Punktgewinn. Sicher. Und das ist eben ganz wichtig, um Kirchnit mit dem Verfolgerrennen, um diesen achten Platz in die Schranken zu weisen. So, dann schauen wir mal. Wie also jetzt die Runde ausgehen wird. Wie gesagt, Navi hat eigentlich jetzt schon fast so ihr halbes Soll erfüllt. Ein Verfolger auf der Strecke gelassen. Aber wahrscheinlich wären drei Punkte schon eher so die Sache. Okay, wenn sie sich sehnen. Kibaken. Das war schon auch Low-HP. Starix schon gefallen. Da hat sich jetzt Cash nicht gut aufstellen können. Das hieß, wird er nicht ohne Probleme oder ohne Contact sagen wir mal supporten können. Aber jetzt macht er den Frak. Den macht er. Jetzt aber. Ja, die Schlinge geht jetzt wieder weiter zu. Guck mal, macht den Frak vier gegen drei. Argo kommt jetzt und der Kibaken kommt dann verzögert mit der Bombe mit. Da muss aber jetzt eigentlich mindestens einen Frak fallen. Da haben wir nur abgesmoked. Da steht dann noch Kerrigan, zwei Spieler. Prisag und Bondik. Bondik, ja, der sowieso heute. Ja, der sowieso heute. Senja kommt da irgendwie weg. Ob er die Waffe da durchbringen wird. Ja, nicht. Oder? Ne. Kein wirkliches Bedürfnis, da ihn zu fordern wohl, oder? Ja, das ist ja hier kann er sogar noch einen Frak machen. Also. Cash nicht. Bleibt dran am Ball zumindest. Okay. Okay. Und damit, ja, nur noch zwei Matchbälle für Navi. Mal schauen, ob es diesmal wieder etwas besser für sie ausgeht. So viel Geld trotzdem nicht dabei. Gleich nicht, dass sie da zwei Farmers haben. Trotzdem jetzt gleich zwei gewonnene Runden hintereinander. aus ihrer Sicht, denn sie brauchen natürlich eigentlich die besseren Waffen, die jetzt zum Beispiel hier Navi besitzt. AK, AK, AK. Sie ist auch AK. Also alle fünf mit AK unterwegs. So, und jetzt beginnt hier der Granatenhagel. Prisark, Blade mit einem schönen Frak. Prisark fällt da beim A-Aus. Zwei nette Shots hier von Blade. Wenn er jetzt hier ein bisschen Contact bekommt, Senja macht den Frak. Drei gegen drei Situationen. Dort, Stardix kann noch einen Schieber holen. Das war Kuche. Jetzt drei gegen zwei Bondic und Fox. Ah, Fox kann sofort den Refrag setzen. Und jetzt 50 und 100 gegen 30 und 73. Die Bombe ist bei Senja gelegen. Und Zeuss kann einen noch machen. Fox also alleine gegen zwei. Er kann Senja nicht holen. Aber er kann Zeuss schon holen. Jetzt Senja mit 9 AP. Den holt er auch. Schön, da ist mir von Fox noch das Wona 2 zu holen. Damit geht es wirklich in die letzte Runde. Also, ja genau. JB, Brady, genau. Also, also, letzte Runde. Auf geht's. Das dritte Mal, glaube ich schon. Ich glaube wirklich schon, das dritte Mal am heutigen Abend, dass wir 30 Runden erleben. Das ist doch wunderschön. Das ist wunderschön. Ein bisschen Action, ein bisschen Spannung. Das wünschen wir uns alle wohl. Dann schauen wir also mal, wer wie viele Punkte mit nach Hause nimmt. Fox First Frack. Dann wird dabei geholt von Kibak. Da war auch ein bisschen zu gierig. Kuche mit einem. Der geht richtigerweise zurück. Bornic auch noch mit einem Fragment jetzt vier gegen zwei. Das sieht jetzt wirklich danach aus, er schafft Snaby hier nicht den Deckel drauf zu machen. Punkt der sie ja prinzipiell nicht ganz unzufrieden sein können von dem Prinzip her, aber natürlich wäre es für sie besser gewesen, einfach den achten Platz mit einem Sieg zu festigen. Und das wird gleich dann wohl nicht der Fall sein, eben Zeus ist eins gegen drei. Einen hat der Mensch schon geholt. Da drin steht Bondic. Den Sieg. Und er macht auch den Frack. Also 15 15 15